Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Pferdentraining. Heute geht es darum, wie ich eine Pferde legen kann und sie mir merken kann, sodass wenn ich mit dem Hund anschließend die Pferde absuche, ich genau weiß, wo die Pferde ist und dann auch weiß, ob mein Hund genau auf der Pferde ist oder etwas daneben. Das ist jetzt der Acker, auf dem ich eine Pferde legen will. Der Landwirt hat es erlaubt, also kann ich mich daran machen. Und hier ist das alles, was ich dazu brauche. Rechts seht ihr den Pferdenstecken, die Bergschuhe, denn ich habe relativ schweres, lehmiges Gelände. Hier sind die Lieblingsleckerli vom Hund und hier die Gegenstände. Ihr seht auch hier einen Kork, denn Kork überläuft der Hund sehr häufig, deshalb ist der Kork auf jeder Pferde zu finden. Und hier ist der Pferdenstecken, der markiert den Anfang der Pferde. Neben dem Pferdenstecken mache ich einen Schritt, einen Doppelschritt nebeneinander und dann muss ich überlegen, in welche Richtung geht es los. Hier sieht man in der Entfernung einen Punkt, der etwas auffällt am Horizont. Hier sieht man es genau, Oberteil von einem Baum vermutlich. Genau auf dieses Gewächs geht es zu immer geradeaus. Ich bin schon 20, 30 Meter weit gegangen und suche einen Anhaltspunkt für die Lage des Gegenstandes. Ich sehe hinten mehrere grüne Streifen und in den auffälligsten hinteren lege ich den Gegenstand. Genau in die Mitte. Ja, hier sieht man, wie ich trete in die auffällige grüne Reihe vorne, da lege ich den Gegenstand ab. Ich lege den Gegenstand längs zur Pferdenrichtung, also parallel und zwischen die Schritte gemäß der Prüfungsordnung. So, ich laufe und laufe und laufe. Der Boden ist sehr uneben. Verteile auch immer wieder leckerli, denn mein Hund braucht die Bestätigung immer wieder zwischendurch. Und weiter geht es geradeaus hin zu diesem Baum. Weiter vorne sehe ich jetzt allerdings ein Gelände, was ich vorher nicht gesehen habe. Nämlich ein stark bewachsenes, wildes Gelände. Da lege ich einfach jetzt die Fährte durch, geradeaus durch, mit ganz, ganz vielen Leckerli. Damit der Hund, der so ein Gelände noch nicht kennt, gut durch die Leckerli drüber geleitet wird und immer gleich seine Belohnung bekommt. Die Frage ist, wohin mit dem Winkel? Vor mir sind zwei Reihen grün und vor dem zweiten Grün mache ich einen Winkel nach links. Ich habe inzwischen das Ganze schon aufgeschrieben, denn diese ganze Anhaltspunkte kann ich mir über eine ganze Pferde nicht merken. Ich sehe jetzt erst, dass das Gelände rechts von der grünen Linie angenehmer zum Laufen ist. Wechsle also direkt nach dem Winkel ganz leicht schräg mit wirklich verstärktem Schritt. Also sehr deutlich von links nach rechts. Und sehe schon von hier aus ziemlich weit hinten eine Strohreihe, die quer zur Fährtenrichtung liegt. Da lege ich den Gegenstand hin. Hier sieht man, wie ich dann laufe. Durch die Entfernung ist es ein bisschen verschoben. Ich bin nicht links von dem Fleck, sondern genau auf Höhe des Fleckes. Lege den Gegenstand. Da ist er. Und weiter geht es geradeaus. Und dann muss ich schon überlegen, wo der Winkel hinkommt. Hier sieht man auffällig eine Bulldog-Spur. Und zwar schon aus einer Entfernung von 10 Meter. Das ist wichtig, schon aus dieser Entfernung meine Anhaltspunkte zu sehen. Es nützt mir nämlich nichts, wenn ich das erst sehe in dem Moment, wo ich daneben bin. Dann ist der Hund nämlich schon 2 Meter vor mir. Also ich nehme als Anhaltspunkt die Bulldog-Spur. Vor der Bulldog-Spur gehe ich nach links. Also ich laufe und laufe. Oh ja, das Gleichgewicht ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht gesehen, dass es 2 Bulldog-Spuren sind. Also habe ich den Winkel nicht vor der Bulldog-Spur, sondern zwischen die 2 Bulldog-Spuren gelegt. Und zwar sehr, sehr deutlich, weil das ist für einen Hund, der das nicht kennt, schon recht schwierig. Bulldog-Spur, Winkel, Bulldog-Spur. Ja, dann geht es wieder über das Gestrüpp. Das heißt, geradeaus weiter hier auf diesen auffälligen Baum, zwischen den Bäumen, also den niedrigen, nehme ich als Anhaltspunkt genau auf diesen drauf zu. Über das Gestrüpp drüber. Da lege ich natürlich wieder viele Leckerli hinein. Und dann ist die Frage, wo ist der nächste Winkel? Da sieht man vorne schon auf der rechten Seite wieder das Grün. Und genau da, kurz vor die Bulldog-Spur auf der rechten Seite, lege ich meinen Winkel nach links. Wichtig, nicht in die Bulldog-Spur, denn das wäre für den Hund in diesem Ausbildungsstand, den er gerade hat, besonders schwer. So, geradeaus, dieses Mal wieder entlang von dem Grün. Aber nicht im Stroh, das ist auch schwer zu suchen, sondern ich gehe im braunen Teil. Immer geradeaus. Und hier ist schon der Anhaltspunkt für den nächsten Gegenstand, das Grün. Ich lege die Fährte direkt über das Grün und direkt dahinter den Gegenstand. So, also ich laufe, 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 überlege, wohin der Gegenstand. Komme dann an das Grün und lege hier den Gegenstand. Da liegt er, hier ist das Grün. Und notiere mir das Grün zuerst. Ein Schritt dahinter der Gegenstand. Eventuell schreibe ich auch hin, Gegenstand längs Kork. Und geradeaus geht es weiter. Die Frage ist, wo der Winkel ist. Hier ist nicht sehr viel als Anhaltspunkt. Mir fallen nur zwei, entlang der Fährte, zwei Stecken auf. Und den zweiten nehme ich und lege da den Winkel hinein. Hat man gerade nicht so gut gesehen. Denn in Realität sind wir uns ein bisschen besser. So, jetzt komme ich gleich an den Winkel. So. Man sieht, Gelände ist sehr hart. Ich muss richtig reintreten. Und da ist der Winkel. Ich lege ihn sehr ausgeprägt. Die neue Richtung. Hier ein Leckerli gleich zur Bestätigung nach dem Winkel. Die Richtung hier geht zu diesem hohen Baum. Und ich sehe schon von hier aus die grünen Reihen. Ich will einen Bogen legen. Und die Frage ist, wo ist der Anfang und das Ende des Bogens? Es ist wichtig, genau diese zwei Punkte zu wissen. Den Bogen selber kann ich nicht immer so genau mit Anhaltspunkten beschreiben. Also der Anfang des Bogens ist in dem grünen. Und das Ende des Bogens ist hinten in dem braunen Fleck am Scheitel des Bogens. Dort lege ich einen Gegenstand. Also ich laufe, bis ich zu der deutlichen grünen Reihe komme. So, hier ist der Winkel, den ich ausgeprägt trete. Aber prüfungskonform ohne einen Radius. Denn das kann der Hund schon. Für einen unerfahreneren Hund müsste ich einen leichten Radius legen im Winkel. So, jetzt kommt langsam der Bogen. Ein Bogen hat normalerweise einen sehr großen Radius, wenn es Gelände zulässt. Hier ist der Gegenstand. Scheitel vom Bogen. Und dann laufe ich weiter hin zum braunen Fleck. Der Rest ist schnell beschrieben. Es geht weiter in Richtung eines hellen, breiten Baumes. Bis circa 1 Meter vor dem Ackerrand. Dann kommt ein Winkel nach rechts. Es geht weiter parallel zum Ackerrand bis zum hinteren Ackerrand. Dort ist ein brauner Fleck. Dort lege ich einen rechten Winkel nach rechts. Dann noch circa 2 Meter und da liegt der Jackpot. Der Jackpot liegt bei mir nie direkt geradeaus auf einer langen Gerade, sondern am Schluss mache ich immer noch schnell einen Winkel rechts-links aus dem Winter raus. Damit der Hund den Jackpot nicht frühzeitig riechen kann und die Nase hochnimmt. Das wäre die Fährte. Ohne die Aufzeichnung wüsste ich jetzt nicht mehr, was meine Anhaltspunkte sind. Aber so, ich zeige sie euch hier, so sehe ich genau, wo was ist. Winkel und Gegenstände. Also dann, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie ich meine Fährte lege. Wenn ich jetzt die Fährte nochmal ablaufen sollte, weiß ich ganz genau, auch wenn ich die Fährte nicht sehe, wo meine Fährte liegt. Ich kann meinen Hund, wenn er sucht, genau beurteilen, ob er genau drauf ist oder nicht. Ich kann also auf das Verhalten meines Hundes reagieren, weil ich genau weiß, wo die Gegenstände, wo die Winkel und wo die Fährte selbst verläuft. Probiert es mal selbst aus mit den Anhaltspunkten, die ihr euch merken könnt. Schreibt sie auf und ihr werdet erstaunt sein, schon allein das Aufschreiben hilft euch, euch später daran zu erinnern, was die Anhaltspunkte sind. Dann viel Spaß bei euren Pferden. Bis zum nächsten Mal, eure Ute. So und jetzt seid ihr gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt auch, was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr thematische Anregungen habt, dann lasst es mich bitte wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt auch, was euch das Video gefallen hat.